Hallo und gestern zurück zu Rollercoaster der Q3 und es ist ja fast schon Tradition, dass ich mich am Anfang einer Folge entschuldige, dass es so lange gedauert hat, bis die nächste kommt. Die Tradition möchte ich beibehalten, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis die nächste kommt, aber die ganzen Erklärungen spare ich mir dieses Mal, weil ihr kennt es ja inzwischen mittlerweile eh spätestens, glaube ich, nach der letzten Folge, da war das Ganze ja auch etwas problematisch technisch gesehen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was wir dieses Mal so angehen. Es fehlt natürlich noch ein bisschen was im Beratenbereich, keine Frage. Ich habe gesagt, noch ein bisschen dekorieren eventuell, aber ich habe auch Lust auf etwas Neues und ich möchte so ein bisschen den, ja das ist eben die Frage, Abenteuer, Safari, was auch immer Bereich ein bisschen machen. Und ich habe jetzt ein bisschen geschaut, was wir denn so zur Verfügung haben. Puncto Atlantis, Trauminsel, Safari oder Steinzeit? Und die Antwort ist nichts. Also zumindest nichts Spezielles. Ein paar Sachen hätten wir allerdings, die vielleicht passen würden, wenn wir denn für unseren, ich nenne mal in der Zwischenzeit Safari Bereich, so ein bisschen alternatives Thema wählen. Und ich hätte mir gedacht, vielleicht schaffen wir es so ein bisschen im Stil Anfang frühes 20. Jahrhundert zu machen, wo wir so ein bisschen die Entdeckungszeit sozusagen darstellen. Eine Entdeckungszeit von Afrika, von Südamerika, wo eben die Forscher die ganzen wilden Tiere und Pflanzen sozusagen entdeckt haben, per Flugzeug, eventuell auch per Auto. Also einfach zu der Zeit, wo so die Menschheit ein bisschen mobiler geworden ist. Und Flugzeug sage ich deswegen, weil man entdeckt eben vielleicht per Flugzeug hier den Dschungel oder die ganzen Tiere oder wie auch immer. Und da könnte man eben sowas reinbringen, wie die ganzen, ja im Flugzeugattraktionen zum Beispiel. Wo war es denn? Lass mich mal schauen. Ja, im Lupoplane zum Beispiel. Was würde noch passen? Oktopus, naja, nicht so wirklich, aber hier Roloplane. Die wären vielleicht ganz nett. Ich bin mir jetzt eigentlich ganz sicher, in was für einem Stil das gehalten ist oder was für ein Zeitalter das sozusagen angesiedelt wäre. Aber das können wir eben hier machen, das ein bisschen durchmixen. Und genau, dann haben wir ja noch die, wo sind die dabei gewesen? Hier oder die anderen Bahnen. Genau, da können wir eventuell noch die eine oder andere etwas, ja, leichtere sozusagen Achterbahn bauen. Und ja, Hubschrauber wird schon ein bisschen kollidieren vielleicht. Aber genau, so Oldie-Wagen, das wird eventuell ganz gut passen. Seifenkisten vielleicht sogar. Oder die hier, so alte Rennwagen. Und eben das Ganze hier ein bisschen mischen. Safari und so, ja, alte Flugzeuge, alte Autos. Wie auch immer, mit denen man hier eben auf Entdeckungsreise geht. Was wir allerdings auch machen müssen, ist natürlich ein paar Gehege. Und ich habe versucht, ein bisschen zu planen, aber irgendwie hat mir gar nichts gefallen. Deswegen wage ich jetzt sozusagen live einen weiteren Anlauf. Zuerst mal schauen, ob wir hier unsere Schulden loswerden können. Die Antwort ist ja. Wobei ich jetzt vermutlich Land kaufen werde und direkt wieder Schulden machen muss. Mal schauen, weil da gehört uns ja nicht allzu viel. Die Frage ist natürlich, wie weit müssen wir uns ausdehnen. Ich kaufe jetzt einmal einfach halbwegs großzügig dazu, bis uns dann mehr oder weniger das Geld ausgeht. Aber eben, wie wir ja sehen, Schulden abbauen ist inzwischen kein größeres Problem mehr. Okay, und wie üblich, glaube ich, mache ich so, dass ich die Grundstücksgrenzen ein bisschen abstecke, sozusagen. Dass ich so ein besseres Gefühl dafür habe, wie weit wir in etwa bauen können. Genau, hat sich da jemand... Da steckt gerade jemand oder da ist gerade jemand gestanden. Keine Ahnung, wie der es geschafft hat, auf das einzelne Feld zu kommen. Und ich kann ihn gerade auch... Ja, jetzt kann ich ihn anklicken. Okay. Wer hat sich denn hierhin verirrt? Gute Frage, warum? Mal gleich mal da drüben irgendwo platzieren. Sehr interessanten Ausflug gemacht. Okay, also schauen wir mal so ein bisschen durch. Was würden denn für Gehege passen für so eine Safari? Wir haben ja hier unsere Vogelstrauß-Sammlung. Dann Elefanten passen da gut hin. Gazellen, Giraffen, Gorillas. Grießlis jetzt nicht unbedingt. Kängurus vielleicht. Eigentlich eh so fast alles, würde ich sagen, passt hier irgendwie. Vielleicht starten wir mal mit ein bisschen den harmloseren Tieren sozusagen. Weil eben auch die Vogelstrauße... Die haben einen Holztan, also die sind sowieso ganz, ganz harmlos, sozusagen. Also Vogelstrauß ist ja... Wo ist er eigentlich beheimatet? Ich glaube eh in Afrika, oder? Wem sollen wir denn da dazugesellen? Eventuell Giraffen oder Gazellen? Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, bauen wir einen Maschendrahtzaun. Dann sind wir da relativ flexibel. Und es sollte auch noch genug Platz bleiben, wenn es geht, irgendwie da dazwischen für irgendeine Attraktion. Dann bauen wir das vielleicht... Mal schauen. Einfach mal aus dem Bauch raus. Vielleicht etwas unregelmäßiger. So, schaut nach einem schönen, netten, großen Gehege aus. Warum nicht? Und... Habe ich jetzt Maschendraht genommen. Ja. Wir können ja auch schon die eine oder andere Galerie einplanen, beziehungsweise zumindest überlegen, wo das Haus hinkommen würde. Wir können das Haus beispielsweise da hinten hinbauen und hier eine Galerie. Und... Oder hier eine Galerie. Also da haben wir eh eigentlich zwei ganz gut Platz. Jetzt machen wir da eine große in dem Falle. Ja, wobei die ist fast ein bisschen... Ein bisschen übertrieben groß. So viel wollen wir die Tiere dann auch nicht stören. Genau. Und die Frage ist, sollen wir jetzt durch jedes Gehege mit der Bahn durchfahren? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, wir versuchen es mal. Zu dem Zweck müssen wir die halt schließen. Die ist eh nur auf Testfahrt. Dann ist eh egal. Okay, und... Dann ist eben die Frage... Okay, die baue ich jetzt gerade wieder verkehrt herum. Die ist aber nicht so schlimm. Schauen wir, dass wir einfach direkt in das Gehege rüberfahren. Und hier so eine kleine Schleife ziehen. Und dann direkt wieder raus. Dann hat hier noch schön das Hausplatz. Man quert das Gehege auch ein bisschen. Und hier könnte man immer noch, keine Ahnung, einen Teich oder ähnliches machen, falls vonnöten. Und was ich auch überlegt habe, aber da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, das wäre man nicht kombinieren. Wir haben ja auch Eisbären, die können wir durchaus da oben platzieren. Aber das wäre vielleicht eine etwas zu lange Fahrt darauf und wieder runter. Also ich glaube, das lassen wir in dem Fall so. Gut. Und wie üblich würde ich sagen, legen wir die Gleise einfach mal mehr oder weniger zu Ende. Beziehungsweise können wir uns ja ungefähr überlegen, wo wir noch Gehege haben. Wir können ja hier vielleicht noch eins machen. Also ich möchte einfach schauen, dass ein paar Attraktionen dazwischen Platz haben. Hier eventuell eins. Dann können wir da irgendwie schön durchfahren mit der Bahn. Aber das machen wir Schritt für Schritt. Die Frage ist, ob wir die Bahn dann schon eröffnen sollen oder nicht. Es ist ja nur eine temporäre Sache. Das heißt, wir werden da immer wieder umbauen. Aber für den Moment könnte man sie eigentlich mal eröffnen. Es gibt ja dann gleich mal immerhin zwei Gehege zum Anschauen. Das ist ja schon mal etwas. Stellen wir sie mal auf Testbetrieb zumindestens. Theoretisch könnte man auch mit zwei fahren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das anzuklicken. Oder auch nicht. Geht das doch nicht. Ich dachte, wenn... Braucht man noch einen weiteren Bahnhof? Kann das sein? Oder müssen wir dann auch an der Einteilung was ändern? Blockaufteilung. Nutzt hier ja nichts, wenn wir keine Blöcke haben. Ich glaube, wir können auch keine machen. Okay, dann fährt nur eine Bahn. Was soll's? Ist ein bisschen was Exklusiveres. Oh, da ist jetzt eine Lücke entstanden. So. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt gleich da Tiere ansiedeln? Ich würde sagen, wir können die Bahn mal offiziell fahren lassen. Auch wenn da noch keine Tiere sind, können das ein paar Besucher sozusagen schon testen. Und wir werden in der Zwischenzeit einfach weiter Wege verlegen. Ich glaube, den hat man. Nein, Moment. Welchen Weg haben wir da verwendet? Ah, irres Pflaster. So, hoffentlich bleibt da keiner in den Büschen hängen. Von unseren Zuschauern. Dann ist die Frage, wie wir hier die Wegführung machen, das weiß ich noch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Attraktionen wir hier jetzt bauen. Aber schauen wir mal, ob das thematisch überhaupt passt. Mit unseren geplanten Flugzeugen sozusagen. Vielleicht einen sogar ein bisschen weiter hinten. Oder sind wir da schon zu weit hinten? Nein, das würde eigentlich noch gehen. Dann könnten wir sogar, einen Ausgang mache ich es einfach mal so. Können wir sogar eine Brücke oder ähnliches da einplanen. Vielleicht in beide Richtungen sogar. Dann kann hier zusätzlich, dass man über die Bahn drüber geht, auch noch, da sind wir ein bisschen zu knapp dran. Dann kann man auch noch die Tiere aus der Höhe betrachten. Ich bin noch nicht sicher, wie es aussieht. Ich experimentiere einfach ein bisschen. Eventuell zu wuchtig. Das werden wir noch sehen. Vor allem sieht man dann aus dem Flugzeug heraus fast nichts mehr. Naja, eventuell, wenn, müsste man es sowieso drehen, meiner Meinung nach. Das heißt, so, wo haben wir es nochmal? So, ich bin wieder im falschen Spiel. Das kennt man ja auch schon. So, nämlich nicht so, sondern so, weil tendenziell, würde ich sagen, schaut man ja auf der Seite raus. Und dann sieht man hier hin, beziehungsweise darüber, gut, da ist jetzt nicht mehr viel Gehege, gebe ich zu. Aber okay. Hier hat er noch schön Deko-Platz, wobei die Frage ist, ob wir nicht mit dem Weg auch da hinten rumfahren sollen. Na, muss nicht unbedingt sein. Und sollte man das noch ein bisschen symmetrischer gestalten? Wäre zwar symmetrisch gesehen auf die zwei Gehege hier, aber nach hinten nicht so ganz. Jetzt bauen wir es einfach mal fertig und schauen, was da rauskommt. Eventuell so runter. Ja, vielleicht, wenn das halbwegs nett dekoriert ist, wer weiß. Schaut es unter Umständen nicht so schlecht aus. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall die Galerie. Dann wären wir vielleicht hier noch hinfahren mit dem Weg. Und gefühlt hätte ich gesagt hier. Und das können wir irgendwie so anschließen. Dann können wir hier noch ein Gehege machen, wo die Bahn durchführt. Den Weg führen wir dann irgendwie da außen rum. Da müssen wir noch schauen. Hier vielleicht einen normalen Übergang, wie wir ihn da auch haben. Den muss ich hier eh noch bauen erst. Und hier dann auch in dem Falle. Okay, bin noch nicht so ganz sicher. Müssen wir schauen. Okay, dann werden wir ein, zwei Sachen doch gleich erledigen, bevor wir hier großartiger öffnen. Nämlich entferne ich da mal die Gleise, dass wir erstens das Gehege machen können und zweitens hier auch richtig die Überführung vorbereiten. Weil da müssen wir ja in den Untergrund vorher bauen. Ein gutes Stückchen. Und die Wege da unten pflanzen. So, dann bauen wir noch schnell das Gehege. Ich würde sagen auch einfach Maschendraht. Haben wir ein paar ausgewachsene Strauße. Und öfter müssen wir ein paar Mechaniker noch einstellen. Und hier die Bewertung geht auch ein bisschen runter. Die war vorher, glaube ich, fast auf Anschlag. Maximum. Aber da habe ich auch vor der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen aufgeräumt. Hat gut getan. So, passt mal auf. Wie machen wir das? Ich würde sagen, so, dass wir auch noch da wirklich vernünftig den Wegplatz haben. Hat er dann noch Platz, dann hoffen wir mal. Und hier haben wir relativ breite Wege. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Das fühlt sich nicht ganz so nach Entdeckungsreise an. Ich glaube, das werde ich noch ein bisschen anpassen. Und zwar eher schmale Wege. So richtig im Dschungel, die man teilweise so ein bisschen vielleicht auch sogar, ja, ähnlich bauen wie da bei den Piraten. Also nicht zu gerade. Ich glaube, da werde ich die Brücke auch nochmal ändern. Das ist vielleicht eine ganz nette Idee, wenn das so ein bisschen verwinkelt wirkt. Sondern die Frage ist, ist hier noch eine Attraktion oder lieber Gehege? Aber dann machen wir, glaube ich, Gehege. Dann haben wir hier auch ein großzügiges. Und dann bauen wir die Bahn da nochmal fertig. Kann dort nicht platziert werden. Moment, was mache ich jetzt falsch? Ah, wir brauchen hier, wo war das nochmal? Die automatische Terrain-Ebenung. Ebenung? Die automatische Terrain-Ebenung. Die klappt aber jetzt hier nicht. Warum klappt das nicht? Was sagt der? Ah, jetzt geht's. Okay. Und dann schauen wir, ob wir da hier das Gelände auch raufziehen können. Und dann brav mitsamt den Wegen. Scheint leider nicht zu gehen. Oder nehme ich nur das falsche Tool? Ah ja. Okay, ich nehme alles zurück. Das klappt bestens. Dann haben wir hier auch die Überführung. Gut, weil da drüben haben wir es ja auch schon geschafft. Also, warum nicht? Ja, und das Ding hier, das müssen wir definitiv nochmal bauen. Das passt mir jetzt eigentlich überhaupt nicht. Lassen wir es mal auf Testfahrt. Das möchte ich einfach ein bisschen mehr, weiß nicht, verwinkelt haben. Reise ich mal den ganzen Teil hier ab. Äh, wie ging das? So? Genau. So, bitte nicht abstürzen. Von dem trennen wir uns auch. Und die werden wir eben auch neu bauen. Die ist mir ein bisschen zu wuchtig. Also, das Ganze eben vielleicht eher so, wenn wir das dann schön einbauen da irgendwie, dass man da so ein bisschen den Weg fast suchen muss. Mann, jetzt ohne Bäume und Eis schaut es natürlich ein bisschen, ja, karg aus, gebe ich zu. Wir können hier vielleicht auch aus dem eine Brücke machen. Dann schaut es auch ein bisschen abenteuerlicher aus. Und ich glaube, das bauen wir auch nochmal leicht um, dass wir hier auch dahinter noch so ein etwas, ja, ich nenne es jetzt einfach mal abenteuerlichen Weg, gestalten können. Dass da nicht Schluss ist. Haben wir das Ding eigentlich schon eröffnet? Nein. Müssen wir auch noch, dass es auch lohnt, da hinten zurückgehen. Ja, schon besser. Schon besser. Dann brauchen wir natürlich auch hier drunter, müssen wir den Weg noch löschen. In der Zwischenzeit können wir ihn lassen, nicht ganz so schlimm. Und, ja, hier endet einfach der doppelte Weg, genauso wie hier, warum nicht? Ah, da haben wir sogar eine schöne Sektion da am Strand, wo man am Strand entlang geht. Was auch immer wir hier machen, so ein letzter Blick sozusagen, oder ein erster, je nachdem von welcher Seite man kommt, auf die Piraten. So, ich lasse einfach den Zufallsgenerator so ein bisschen mitspielen beim Wege ziehen. Irgendwie so. Wenn wir das Ganze jetzt noch schön dicht dekorieren, schaut es hoffentlich sehr abenteuerlich aus. Gut, was haben wir noch an Fahrten, die passen würden? Natürlich noch das zweite Flugzeugthema. Ich bin glaube ich überlegen, Luftkatapulte und ein paar andere Dinge würden vielleicht auch passen. Muss ich noch ein bisschen schauen. Und auch das eine oder andere, was eventuell noch in dem Piratenbereich sich ganz gut machen würde, wirbelnder Dervisch. Ich weiß eigentlich nicht, was ein Dervisch ist. Zwirbler. Ich glaube, die Flugzeuge, die passen ganz gut. Topspinner. Wäre auch noch okay. Sturz aus den Wolken. Fallschirmsprung. Wäre auch noch gut. Aber 7x7 ist riesig. Da bleiben wir lieber bei den kleinen Dingen. Nehmen wir noch das Rollerplane. Das machen wir vielleicht hier hin. Warum nicht? Ich eröffne das einfach mal direkt alles. So, ein paar Zuschauer haben wieder ein Foto abgeliefert. Sicherster Park und beste Gruselszenerie haben wir. Sehr schön. Okay. Und jetzt gilt es natürlich noch, Moment, wir haben noch was vergessen. Hier muss noch eine Galerie her. Ich glaube, in dem Fall macht man vielleicht da das Haus und hier die Galerie. Das wird sich, glaube ich, ganz gut machen. Dann sieht man auch von der Bahnstation aus nicht direkt gleich auf die Strecke. Da machen wir einfach auch... Ich glaube, hier passt sie gar nicht schlecht. Dann können wir da mit den Wegen schön ranfahren. Braucht man eigentlich... Ich glaube, da braucht man gar keine Wege, oder? So soll es eigentlich genügen. Gut, es sei natürlich, man will eine Abkürzung machen. Oder man will nicht unbedingt übers Gehege da hinlaufen. Ah, da fällt mir noch was ein. Wir müssen die, falls wir das noch nicht haben, die natürlich auch kostenlos machen. Die zwei sind noch geschlossen. Da gibt es noch nichts zum Sehen. Okay. Ja, noch schaut es ein bisschen karg aus. Aber ich glaube, das könnte was Nettes werden. Vor allem, wenn wir da jetzt noch irgendeine tolle Bahn unterbringen. Irgendwie so die Oldi-Wagen oder die die Sportwagen würden mir gut gefallen. Hubschrauber ein bisschen zu modern. Ich versuche es mal. Und irgendwo genau, irgendwo in der Mitte von dem riesen Dschungel, den wir da haben. Weil dann passt er auch mit den Palmen und Ähnlichem gut zusammen. Irgendwo in der Mitte werden wir dann einen schönen, großen Aussichtsturm machen. Kommt auf einmal, wo dann die Mitte ist. Hier oder eventuell dann hier. Dann machen wir da und da noch ein Gehege. Hier noch eins, hier noch eins. Genau. So, aber zurück zum Thema. Ich wollte noch ein paar Minuten aufwenden, um zumindest anzudeuten, was ich dann noch vorhabe. .bahn Das ist jetzt eben die Frage. Die hier oder die hier. nennen wir die Oldi-Wagen. Und ja, spricht natürlich auch nichts gegen eine Achterbahn in dem Bereich. Aber ich möchte mal mit sowas starten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es ausschauen soll. Und dass ich auch nicht weiß, wie schnell die steigen können. Müssen wir mal schauen. Ah ja, schnell genug, dass wir da oben drüber kommen. Und ab und zu lugt man dann so ein bisschen aus dem Dschungel raus. Wäre meine Vorstellung. Streift vielleicht sogar so ein bisschen ein Gehege. Oder auch nicht. Das geht leider nicht. Da geht es wieder runter. Genau. Dann vielleicht hier so eine spektakuläre, ganz enge Kurve. Und müssen wir schauen. Vier oder fünf Anstehreihe. Da müssen wir natürlich noch irgendwie wieder drüber kommen. vielleicht sogar über die Bahn, wer weiß. Eskurven gibt es da, keine. Und da werden wir schauen, dass wir da wieder runterkommen. Nicht allzu lang. Da können wir noch so ein bisschen sowas einbauen. hier rein, hier raus. Da die Anstehreihe noch ein bisschen verlängern. Und perfekt. Gut. Mit wie viel Wagen können wir da fahren? Auf jeden Fall werden wir mal ein bisschen Gas geben. Sollen wir noch Ein- und Ausgang ändern? Können wir wirklich sagen später machen. Was ist das Maximum, was da geht? Achso, da können wir eben mehr oder weniger beliebig rauffahren. Das heißt, jetzt müssen wir uns dann anschauen, wie lange die Wagen brauchen und wie wir es timen. Dann machen wir hier auch mal. Achso, Testlauf geht da gar nicht. Dann lassen wir sie einfach mal fahren und schauen uns das ein bisschen an. Wir können ja mal die Mindest- oder die Höchstwartezeit auf 10 Sekunden stellen. Und dann einfach mal schauen, was mit 10 Sekunden Wartezeit rauskommen wird. Wann da der letzte wieder da ist. Und ja, natürlich einfärben und so weiter fehlt alles noch. Und jetzt stellt es euch einfach vor und jetzt werden wir auch sehen erst, ob das Ganze wirklich gut ausschaut oder nicht, dass wir hier so einen richtigen Dschungel haben, durch den wir da durchfahren, beziehungsweise durch den die Besucher da sich durch durchfinden müssen. und wenn wir es halbwegs schaffen, das irgendwie so zu bauen, dass da eben relativ wenig Sicht auch ist. Ich meine, jetzt sieht man ja relativ gut noch, aber das, glaube ich, schafft man schon ein bisschen noch anzupassen. So, gibt es da noch irgendwelche großen Dinge. Korallen, Riff. Es muss ja nicht nur Dschungel sein, es kann auch ein bisschen gemischt sein mit Laub, Wald oder ähnlichen. Nämlich deutet es einfach nur mal an. Also, dass man von hier aus sozusagen fast keine Sicht hat, weil es so dicht ist auf die Bahn und von der Bahn aus sieht man eben ins Gehege rein. Da hat man noch einen zusätzlichen Anreiz hier mit der Bahn zu fahren. Ab und zu taucht die dann auf, mitten aus dem Urwald. Und auch den Weg, da muss man sich richtig durchschlängeln, entdeckt vielleicht immer wieder Sachen wie irgendwelche Ruinen, wer weiß, oder ja, warum nicht Ruinen, wo vielleicht die eine oder andere Attraktion oder irgendwas zum Essen drin ist. Naja, 10 Sekunden scheint eigentlich ganz gut zu passen. Genau, also ich hoffe mal, der Plan ist halbes klar, mal schauen, ob der was wird. Da müssen wir natürlich hier die zwei Gehege noch bevölkern. Und dann haben wir hier einen schönen Abenteuerbereich bald mal geschaffen. Freue ich mich schon drauf, aufs Weiterbauen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich alles Liebe, was Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vierdenk und baba.